Hallo liebe Freunde, hier ist wieder euer Dennis von Lottikarts. Heute mit einem neuen Format, nämlich einem kleinen Vlog zum SM07 Release. Ihr seht es hier schon, die erste Ware ist eingetroffen. Wir haben hier die englischen Displays, die deutschen sollten aber auch gleich kommen. Wir nehmen euch heute einfach mal mit, zeigen euch wie bei uns so ein Release abläuft. Seid gespannt und freut euch drauf und gebt uns auf jeden Fall Feedback, wie euch dieses Format gefällt. Bis dann! 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 So, jetzt sind wir fertig mit dem Ausräumen, aber der eigentlich stressige Teil beginnt erst, denn jetzt geht es daran, all diese Displays an euch rauszuschicken und in tausende von Paketen umzupacken. Wie ihr seht, die Möbel eine ganze Menge Produkt und deswegen dauert es so eine Reihe, bis wir all diese wundervollen Displays verarbeitet haben. Aber für euch machen wir das doch gerne. So, kommen wir zum Ende unseres kleinen Vlogs von heute. Ja, wir sind durch. Sonne und Mond. Ich turm mal viermal den Pre-Sales durch. Wir haben viele, viele, viele Pakete gepackt, wie ihr sicherlich jetzt gerade seht. Und das war vielleicht anstrengend. Die und ich haben drei Stunden Akkord gepackt. Dutzende Pakete fertig gemacht. Der Abholer war auch sehr erfreut über die viele Menge an Paketen. Wir haben es ja heute auch zum Glück nur 30 Grad aufwärts. Von daher war das natürlich gar kein Problem. Aber was tut man nicht alles für euch, unsere lieben Kunden. Ja, jetzt haben wir eben noch das große Opening gemacht. Zwölf Displays haben wir geöffnet für euch. Das ist jetzt auch schon oben. Ihr habt es bestimmt auch schon angeschaut. Und ja, uns hat Spaß gemacht. Ich gehe jetzt gleich noch runter. Schließe den Tag für heute ab mit einem Single-Box-Opening, wo ich nochmal genau auf die Karten eingehe, die in diesem geilen Set enthalten sind. Ja, und ich freue mich drauf. Dieses Video folgt nach diesem hier. Also seid gespannt, was wir so ziehen. Und wenn euch dieses Vlog-Format gefallen hat, dann schreibt in die Kommentare, denn vielleicht mache ich mal häufiger einen Vlog. Bis dann. Over and out. Lottifaz. Ihr habt es gesehen. Dio und ich haben alles hochgestapelt. Ja, ich da hochstapel. Nochmal, bitte. .